Hallo euch meine Damen und Herren, einige von euch haben mir mittlerweile mehrfach diese E-Mail oder diesen E-Mail-Verkehr geschickt zwischen Gabe bzw. einem Mitarbeiter von Valve und einer Userin, die sich über die Armory-Geschichte erkundigt hat. Und jede von diesen Nachrichten von euch hatte den Zusatz, dass wir wahrscheinlich nicht mit einer Operation rechnen können aufgrund dieser E-Mails. Und da dachte ich mir, bevor alle abdrehen, sprechen wir mal über die ganze Geschichte. Also kurzum, Armory bleibt, Operation kommt dann gar nicht, was geht ab? Let's go! Also, in dieser E-Mail, die von einer gewissen Sarah an Gabe Newell geschrieben wurde, wurde folgendes erfragt. Wie verhält sich das generell mit Armory? Wird das bleiben oder nicht? Also weil bei der Deagle ja Limited Item dran steht, beim Rest aber nicht. Was heißt das? Was wir bereits ja schon in den Streams geklärt haben, war folgendes. Wenn hier steht, dass diese Deagle nur noch 85 Tage vorhanden ist und sie limitiert ist, dann ist die in 85 Tagen weg. Und dieser Teil wird hier auch bestätigt. Es ist nicht Gabe selbst, der hier antwortet, sondern eben ein Entwickler für CS2. Direkt hier oben im ersten Satz schreibt er, dass diese Desert Eagle Heat Treated genau so lange verfügbar sein wird, wie es im Armory Pass drin steht oder in dieser Übersicht halt. Also ab heute noch 85 Tage. Die Armory selbst ist kein limitiertes Event und die Pässe sowie Sterne haben kein Ablaufdatum. Das haben wir uns ja auch bereits vor dieser E-Mail schon gedacht, dass die Sache nicht einfach so ablaufen kann und falls doch müsste es dran stehen. Bei Änderungen der Inhalte sowie Regeln von The Armory werden wir im Vorfeld darüber in Kenntnis gesetzt und dann wird die ganze Sache geupdatet. Mehr steht hier gar nicht drin. Aus dieser Antwort E-Mail kann zumindest ich nicht herauslesen, dass es jetzt keine Operation mehr geben wird. Viele argumentieren dafür wie folgt, jetzt wo dieses Armory Teil eingebaut ist, braucht man ja keine Operations mehr. Das könnte natürlich richtig sein. Genauso richtig ist es aber auch, dass man sagt, jetzt ist es noch viel einfacher eine Operation einzubinden, weil bereits das Grundkonstrukt dieses Passes steht. Schauen wir uns zum Beispiel genau diesen Shop-Bereich an. Dieser sieht bereits fast genauso aus, wie es bei der letzten Operation der Fall war. Die Skins hier in der Mitte, oben werden die Sterne gezählt, rechts stehen die fertigen Sterne. Hier sind die Skins fast genauso aufgereiht, hier oben sind die Pässe, wenn man mehrere hat und da drüben stehen dann die Sternchen. Das heißt, das Grundkonstrukt bzw. Shop-Konstrukt für eine Operation steht. Was jetzt dann noch fehlt, sind die Missionen und gegebenenfalls Story, also der ganze Content-Teil, der eben zu einer Operation dazugehört, sowie die Anbindung an das aktuelle Sterne-System. Also wird die Operation eigene Sterne bekommen, wird es hier mit eingeflochten, kann man die Sterne vermischen, kann man nur in der Operation einkaufen, wenn man auch den Pass gekauft hat und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, dass hier eine weitere Schaltfläche ist, auf die man klicken kann. Da steht dann Operation Cock und dann macht es so Wipp und dann ist man im Operation Shop drin mit entweder eigenen Sternen oder multiplizierten Sternen oder wie auch immer. Aus meiner Sicht ist es relativ klar, warum wir für das Erste nur Cosmetics bekommen haben. Das liegt ganz einfach daran, weil bald das nächste Major startet. Das Shanghai Major startet am 30.11. und geht bis zum 15.12. Es ist also nur noch circa einen Monat hin und dann ist schon das nächste Major. So kurz davor macht man natürlich keine großen oder sogar grundlegenden Updates oder Änderungen, gerade weil die Profis sich natürlich erst daran gewöhnen müssten und sie haben dann nicht mehr so viel Zeit bis zum Major. Also kurz um, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch vor dem Major was kommt, ist so gut wie bei Null. Also ich denke, das ist uns allen klar. Ihr wisst ja sicherlich doch, dass zum Beispiel damals bei den Cobblestone-Leaks auch Schnee mit von der Partie war. Also man hat Schneetexturen gefunden und so weiter und so fort. Das spricht schon eher für Winter oder so eine weihnachtliche Geschichte. Im Moment macht das für die Wolves einfach mehr Sinn, erst mal am Spiel weiterzuarbeiten, als dass man irgendwelchen Content pusht. Viele wünschen sich zwar Content, aber gleichzeitig wollen, denke ich, die meisten mehr als, also so gut wie jeder möchte, dass das Spiel clean läuft. Und gerade in letzter Zeit haben wir viel von Crashes, von Legs, von Jitter und so weiter gehört. Das will alles behoben werden. Auch das Rubberbanding scheint im Moment ein sehr großes Problem zu sein. Man muss also unbedingt noch an diesen grundlegenden Dingen arbeiten. CS2 muss so langsam auf dasselbe Niveau kommen, auf dem CSGO geendet hat, damit man dann wiederum in CS2 mit der Source 2 Engine eben auch endlich die Sachen freischalten oder daran arbeiten kann, die in GO nicht gingen. Und das sind nicht nur Content-Geschichten, sondern auch Sachen, die die Spielmechanik ändern könnten. Man muss aber erstmal auf dieses Grundlevel kommen, auf dem GO wie gesagt geendet hat. Gestern wurde auch wieder ein kleines Quality-of-Life-Update gedrückt. Das geht vor allem an die, die diese System-Info-Geschichten hatten, diese Pop-Ups am Anfang vom Spiel, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas zu wenig ist. Mittlerweile sollte dieses Fenster nicht mehr auftrauchen, sobald ihr es dann einmal weggeklickt habt, weil sich das System jetzt merkt, okay gut, der will es nicht mehr wissen, der hat es weggeklickt. Und bevor wir jetzt gleich noch zur Auflösung einiger YouTube-Give-Ways gehen, noch eine kurze Info oder eine kleine Erwähnung am Rande. Wir haben uns ja immer gewünscht oder lange gewünscht, dass die Volvos mehr mit uns Usern sprechen. Und mittlerweile scheint sich das ein klein wenig eingebürgert zu haben. Siehe vorhin diese E-Mail. Das ging übrigens schon die ganze Zeit, das ist nichts Neues, dass man Gabe schreiben kann und dann antwortet er oder einer der Mitarbeiter möglicherweise auf die Frage, die man eben stellt. Im Zusammenhang mit CS2 habe ich davon zwar noch nichts mitbekommen, aber ich wusste, dass man das eben machen kann. Und hinzu kommt, ist euch bestimmt aufgefallen, dass ihr jetzt schon öfter den Namen Fletcher Dunn gelesen habt, einem Valve-Mitarbeiter, der unter anderem auf Reddit unterwegs ist. Und hier gibt er immer wieder Infos zu Fragen zu CS2. Und ich würde das auf jeden Fall als Kommunikation mit der Community zählen. Genau von ihm ist ja zum Beispiel auch der Tipp mit dem Packet 1 bei Jitter oder auch die Sache mit dem QOS im Router, dass man das ausschalten soll, falls es an ist, damit der Jitter runtergeht. Das, finde ich, ist auf jeden Fall noch eine nennenswerte Änderung oder Verbesserung in Sachen Kommunikation Volvo mit User. Und es freut mich sehr, dass es jetzt scheinbar normal geworden ist, dass man mit Valve- bzw. CS2-Mitarbeitern einfach schreiben oder sprechen kann. Jetzt gehen wir noch geschwind in ein paar Auflösungen unserer YouTube-Give-Ways, damit wir da endlich vorankommen. Zuallererst gab es für euch eine StatTrak M4-1S Night Terror. In diesem Video ging es um diese ominöse Operation Get Ranked, die keine CS2-Operation war, sondern irgendwas Externes von Lobber, glaube ich. Vielen Dank für 134 Kommentare. Und ich hatte euch da einfach nur gefragt, ob ihr glaubt, dass jetzt bald die nächste Operation kommt oder so. Hüfthoher Blutgrätscher. CS2 ist erst am 27.09. offiziell ein Jahr alt. Sollte man sagen, wie alt CS2 ist? Man macht hierbei mit, wenn man sich in den Kommentaren an der Diskussion beteiligt bezüglich dieser Operation-Geschichte. Okay. Ah ja, jetzt weiß ich, woher der Wind pfeift. Das ist eine Antwort auf den Kommentar. Okay. Da müssen wir leider nochmal ziehen, denn da ist jetzt halt nicht das, was man schreiben sollte, damit man mitmachen kann. Schon traurig, dass Valve einfach das Spiel vor sich hingedeihen lässt, aber die verlieren immer mehr. Spieler weiß nicht, ob sie eine externe Operation was reißen wird. Sicherlich nicht. Vor allem, weil sie gar nicht kam, soweit ich weiß, oder? Kam da jetzt noch irgendwas bei rum? Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass deren Anti-Cheat oder halt das Programm, das man braucht, um mitzumachen, sehr, sehr fishy sei. Also das wäre alles ganz, ganz, wäre alles ganz, ganz merkwürdig. Also ich kann es keinem empfehlen, bei der ganzen Geschichte mitzumachen. Auch das Preisgeld wurde irgendwie zwischendurch angepasst. Weiß ich nicht. Lass lieber die Finger davon. Also da und du hast du mitgewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link bei. Dankeschön. Als nächstes gab es für euch eine M4A4 Griffin zu snacken. Das Teil gab es in dem Video, in dem Wagnet 3 angekündigt wurde. Also diese Testphase, da hatte ich euch einfach nur gefragt, was ihr davon haltet. Oh, ihr habt zu viel kommentiert. Warte, ich mache es von Hand. Vielen lieben Dank für 291 Kommentare. Seid ihr wahnsinnig. Ich muss erst alle laden, bevor wir reinjallern können. Es geht vom ersten bis hoch zum aktuellsten. Jetzt noch Prime auf 30 Euro setzen, damit nicht... Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Genauso muss das gemacht werden. Ala. Und Hayabina. 143. Andreas Seppchen. Was kann ich machen, damit Cheater gebannt werden? Es gibt jemanden, der gegen mich gespielt hat und sogar dreist on-stream gecheatet hat. Die machen auch immer ein Cheater-Lobby fertig. Kann ich dagegen was machen? Reporten hat ja nicht viel gebracht, weil sie immer noch nicht gebannt sind. Ja, also du kannst nur reporten natürlich. Mehr kannst du eigentlich nicht machen. Wie hätte die Antwort aussehen sollen? Man soll sagen, wie man das alles findet mit WAG3 und so. So habe ich es hier drin stehen. Ich gehe jetzt einfach so lange nach oben oder nach unten, bis ich jemanden gefunden habe, der passend geantwortet hat. Von diesem Kommentar hier aus. Null nach oben, eins nach unten. Let's go. Ah ja, eins. Gut. Sorry, dass ich das so unorthodox machen muss, aber ich habe nicht gewusst, dass es da irgendein Limit gibt. Krank. Weg mit den Cheatern. Denke, WAG3 hört sich schon mal ganz okay an. Sehr gut. Also auf jeden Fall gewonnen. Free TV Premium. Kann aber gerade nicht testen wegen einer Auszeit, wegen zu hohem Ping. Melde dich bitte unter diesem Video und sag mir, dass du mitbekommen hast, was du gewonnen hast und füge deiner Kanal-Info bitte deinen Trade-Link hinzu. So, und eins machen wir noch. Es gab für euch eine AK-47 Slate. Und in diesem Video ging es darum, dass Windows möglicherweise diesen Anti-Cheat-Programm wie dem von Faceit bald die Rechte auf Kernel-Access verwehren könnte. Und da war dann einfach die Frage an euch, was ihr besser findet. So ein Kernel-Access-Anti-Cheat, das halt auf dem PC guckt, was gerade läuft oder die Richtung, in die gerade zum Beispiel die Volvos gehen, dass man das Gameplay untersucht und schaut, ist das ein normaler Mensch, der da gerade spielt oder ist das jemand, der halt eine Unterstützung anhat. Danke für 132 Kommentare. Helges, würde schon sagen, dass es auf Faceit weniger Cheater gibt und Cheater werden auch konsequenter gebannt. Dann bekommt man auf Faceit sogar wieder Plus-Elo, wenn herauskommt, dass man gegen einen Cheater gespielt hat. Finde ich gut gelöst. Finde ich auch. Ob das Prinzip von Faceit, aber der bessere Weg ist, schwer zu sagen. Alles klar. Helges, du hast somit die AK-Slate gewonnen. Bitte hier melden und den Trade-Link bei dir in die Kanal-Info reinhauen. Und natürlich kloppen wir auch noch was Neues raus. Es gibt heute einen Bosch-Holo-Sticker für euch zu gewinnen. Man macht ja automatisch mit, wenn man an der Frage mitkommentiert, ob man glaubt, dass durch diesen Armory Pass eine Operation jetzt weiter in die Fähne gerückt ist oder ob damit auch Vorbereitungen getroffen wurden, die die Operation sogar eher näher bringt. Was glaubt ihr? Weiter weg oder näher? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. Ich mache jetzt gleich noch die Skins ready für die Livestreams diese Woche, für die Giveaways und habe noch eine kleine Ankündigung. Diese Shadow Deggers sollen diesen Monat an euch rausgehen beziehungsweise in der ersten Woche nächsten Monats, glaube ich, dass ihr noch genug Zeit habt zu sammeln. Einfach in die Streams kommen, Bubble-Dollar sammeln und dann könnt ihr hier einfach mitmachen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann entweder live morgen ab 18 Uhr, Donnerstag 18 Uhr, Freitag 20 Uhr oder einfach dann im nächsten Video. Danke für die Kommentare und für die Likes. Haut rein und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?